Hallo liebe Venom-Skeptiker, Venom-Kritiker und Venom-Hater und die Leute, die Gemüse essen sollen. Haben wir den Gag auch schon drin. Wir sind beim Halbfinale und das kann man also auch schnell zusammenfassen. Hier nochmal mein Hinweis, Free Mehmet Scholl, der einzige Mann, der wirklich das sagt, was wir alle denken. Ich bleib dabei, das ist cool. Wenn ich mir so die Gegenreaktionen angucke, das ist einfach nur witzlos. Aber gut, seit wann hatte der DFB auch schon mal Humor. Mittlerweile hat er ja auch keine Funktionäre mehr. Das haben wir ja irgendwie mittlerweile vergessen. Egal, kommen wir zu den beiden Halbfinals. Da haben wir einmal Portugal, die, ist das mal gelinde gesagt, in Anti-Manier gegen Polen weitergekommen sind. Das war unglaublich. Die haben eigentlich irgendwie gar nichts getan, außer das, was sie tun mussten. Das war absoluter Anti-Fußball. Aber das machen die schon das ganze Turnier über. Deswegen befürchte ich auch, dass die hier irgendwie dann ins Finale rutschen. Auf der anderen Seite, Wales gegen Belgien. War Wales überraschend wirklich besser. Hat auch diesen tollen, ich mag es so unglaublich, die geheimfavoriten Belgien. Ha, 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 ha. Überhaupt keine Chance gelassen und das Ding sicher nach Hause geschaukelt. Und da bin ich mal gespannt, wie das im Halbfinal aussieht. Aber ich vermute, da wird Portugal einfach zu professionell sein. Und Wales wahrscheinlich auch wieder einnullen und irgendwie durch irgendwas weiterkommen. Ansonsten wäre es schon eine richtig große Überraschung, dass Wales da ins Finale kommt. Das glaube ich auch nicht. Aber definitiv der obere Strang ist der unspektakuläre Strang. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also das war nicht so spannend. Ja, kommen wir unten. Ja. Deutschland, Italien. Ja. Die erste Halbzeit darf man eigentlich gar nicht erwähnen. Das war Anti-Fußball. Das war, boah. Also da soll mir auch keiner was von Taktik und Rasenschach und Hass nicht gesehen haben. Ich fand das bei Spanien damals schon vor Jahren so unglaublich widerlich. Dieses Ballgeschiebe von links und rechts. Oh, ich will ein vernünftiges Spiel sehen und nicht irgendeinen Taktiktisch. Ja, der ist mir scheißegal. Da können vielleicht irgendwelche Sporttrainern können da irgendwie sagen, boah, super Beispiel. Für mich ist es eine langweilige Scheiße. Ja, und das ist auch so. Und da wird immer noch der Funke nicht überspringen. Ja, zweite Halbzeit war dann definitiv von Deutschland besser. Da war das Tor dann auch verdient. Und was Boateng dann im Strafraum gemacht hat, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Der Elfmeter, der dann aber auch zum 1-1 führt. Ja, und dann war da wieder ein bisschen in der Verlängerung so wieder ein bisschen Nicht-Angriffspakt, möglichst mehr Sicherheit. Und dann kam das spektakulärste Elfmeterschießen, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Das war aber nur deswegen spektakulär, weil beide eigentlich gut oder schlecht waren. Ja, alle Veteranen aus Deutschland haben wir da voll versenkt. Nämlich überhaupt nicht. Also das war gar nichts. Und trotzdem ist man dann irgendwie weitergekommen. Hat der Hektor mal richtig gut gemacht. Aber ja, großartige Leistung war das jetzt nicht wirklich. Das war spannend. Ich meine, so ein Match musst du auch erst mal gewinnen. Das ist schon, da kommt es schon mit so einer Brust raus. Aber mal gucken. Ja, Frankreich, Island war mehr als klare Sache. Frankreich war absolut in allen Belangen Island absolut überlegen. Ja, also bis zum 4-0. Die haben gezaubert. Da hat Island überhaupt keine Schnitte gekriegt. Ja, und dann hat Frankreich zurückgezogen und dann ist tatsächlich noch zum 5-2 geworden. Und wenn man da so gesehen hat, dass die französische Abwehr ist nun wirklich nicht gut. Also wirklich nicht gut. Deswegen ist das sogar so, dass das wahrscheinlich, wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, für Deutschland mehr als ein offenes Buch ist. Und wenn man dann aufs Halbfinale kommt, also Deutschland-Frankreich halte ich für unglaublich ausgeglichen. Ja, entscheidet mit Sicherheit auch Tagesform. Ist die Frage, ob Frankreich mit seinem Hurra-Fußball vom Viertelfinale auch durchkommt, dann wird es schwierig. Weil wenn da irgendwie 2-0 oder 3-0 Deutschland hinten liegt, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie Chancen ist. Wenn es nur 1-0 oder 2-0 ist, dann kann es vielleicht nur irgendwie gerade mal so ein 2-2 werden. Aber es ist immer das Problem, Deutschland hat keinen, der da irgendwie treffen kann. Jetzt haben wir auch keinen Mario Gomez, von dem ich ja bekanntermaßen immer noch kein Fan bin. Ja, Khedira haben wir auch nicht. Gut, der ist jetzt nicht unbedingt für Treffer gemacht, aber der fehlt auch. Hummels fehlt bekanntermaßen auch. Und Schweinsteiger hat der immer noch ein Fragezeichen. Vielleicht ist das aber eine Chance für die die jungen Quirligen. Und die können dann mit Sicherheit auch wirbeln. Also ich bin mal gespannt, wie das ist. Wenn die Frankreich das Spiel komplett kaputt machen, was ja bei Italien auch gemacht haben. Wir haben das Spiel ja komplett kaputt gemacht. Dann glaube ich nicht, dass Pogba und Co. da irgendwie rumzaubern. Und dann bin ich mal gespannt, wie das wirklich aussieht, wenn wir irgendwie nicht so wirklich richtig rumkommen und dann vielleicht noch irgendwie im Konter rennen. Weil hier ist genau das System, was Italien sonst immer aussehen. Wenn Deutschland hier tatsächlich 1-0 führen sollte, Frankreich holt das nicht mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann laufen die noch im Konter und steht 2-0. Also deswegen bin ich mal gespannt. Also einerseits aus Verstandentscheidung würde ich jetzt, wenn ich tippen müsste, würde ich auf Frankreich tippen, weil aufgrund von Heimvorteil und dass die weiter gepusht werden und mit Sicherheit sich an keine Sachen ran müssen und andere Sachen. Aber Deutschland hatte definitiv auch die Chancen, das Finale zu erreichen. Das darf man nicht vergessen. Und die können, wenn sie wollen, ja auch mal Fußball spielen. Vielleicht ist ja genau das Umgekehrte, dass sie jetzt hier spielen dürfen, was sie gegen Italien nicht machen müssen. Ich weiß nicht, was das für Strategien sind, aber die Null muss stehen. Ist halt nicht spannend. Das kennen wir schon aus der Bundesliga. Ja, mal gucken. Also verstanden würde ich sagen, Frankreich ist aber nicht so, dass Deutschland da keine Chance hat. Also das kann dann ziemlich knapp werden. Vielleicht geht es auch wieder in die Überlänge. Vielleicht geht es auch wieder zum Elfmeterschießen und dann vermute ich mal, werden die Leute treffen, weil das wird ihnen kein zweites Mal passieren, sondern eine Katastrophe. Und dann gucken wir mal. Und hier ist ja genau das Gleiche, wie sonst Italien der Deutschlandfluch war. Ist ja eigentlich für Frankreich hier der Deutschlandfluch. Ist klar, weil Frankreich in Deutschland ein K.O.-System ist für Frankreich nie gut gewesen. Und dann gucken wir mal. Ja, und Finale wird es in Portugal-Deutschland, wird es in Wales-Deutschland, wird es in Portugal-Frankreich, wird es in Wales-Frankreich. Also egal, wer vom oberen Strang kommt, der ist definitiv der Underdog. Und sollte es in Portugal-Frankreich werden, bin nicht gespannt, ob dann wirklich Portugal oder Frankreich irgendwie außen nullt. Aber mal gucken. Ich mache auf jeden Fall noch mal zum Finale dann auch noch mal ein Video und dann geht es dann auch los. So. Jetzt kriegt ihr noch mal in den nächsten beiden Tage zwei Videos. Eins von der PSP und natürlich dann ProEvo. ProEvo wird ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Das muss mir einer erklären, wenn ihr es dann gesehen habt, weil... Eigenwillig. Ja, und dann mache ich zum Finale auf jeden Fall noch mal ein Video und zur Beschreibung des Finals mache ich das dann auch. So. Und dann können wir an dieser Euro dann auch einen Haken machen und das war nicht die beste Europameisterschaft, die ich jemals gesehen habe. Garantiert nicht. Und dann gucken wir mal, wie das irgendwie so weitergeht. Ich bin euer Mr. Wendel-Neunze. Für den Sitzel hier der Spaß hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.